Hallo alle meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein heutiges Video ist etwas, was ich hier auf meinem Kanal noch nie vorher gemacht habe, denn ich gebe meinem Make-up die letzte Chance. Dum dum dum! Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, hi, mein Name ist Julina und ich mache hier zwischendurch Videos, wie ich meine komplette Make-up Collection durchgehe und radikal aussortiere. Ich mache seit insgesamt jetzt sechs Jahren Make-up Content hier auf YouTube und dabei kommt einiges an Produkt zusammen. Und normalerweise, wenn ich aussortiere, bin ich persönlich jemand, ich sortiere relativ radikal aus, also wenn mir was in die Finger kommt und ich mir denke, habe ich irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr benutzt. A, es ist dann wahrscheinlich nicht mehr wirklich gut, denn Make-up Produkte können auch ablaufen und B, wenn ich da nicht irgendwie eine super harte Connection zu habe, ist es halt relativ schnell ersetzbar mit neueren Sachen. Und ja, ich habe jetzt aber hier Produkte rausgesucht, wo mein Herz irgendwo doch schon für schlägt, aber bei meinem letzten Aussortieren... musste ich innehalten. Und viele hatten sich gewünscht, dass ich diese Produkte, wo ich mir nicht ganz sicher bin, vielleicht nochmal ein Video zusammen mit euch teste. Und genau das machen wir heute. Falls ihr diese Video-Idee gut findet, würde ich mich sehr erwähnt und euch nach oben freuen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir. Wir starten heute mit den Augen und mir ist beim Aussortieren keine Base in die Hände gefallen, die es irgendwie in dieses Video geschafft hätte. Ein paar Sachen habe ich aussortiert, aber das war halt ziemlich klar. Und ich wollte wirklich nur Produkte machen, wo ich mir echt nicht sicher bin. Deswegen substituiere ich das jetzt ein bisschen mit Concealer. Das mache ich eh oft, deswegen ist es jetzt auch nicht so abwegig. Ich möchte einfach nur eine ebenmäßige schöne Grundlage für die Lidschatten haben. und dann starten wir mit den Lidschatten. Die Lidschatten-Palette, die bei mir auf der Kippe steht, ist von Huda Beauty, die Morph Obsessions Palette. Und ich muss zugeben, ich mochte sie eine Zeit lang echt sehr, sehr gerne. Und der Grund, weshalb sie hier drin ist, sie ist halt nichts Hardcore-Spektakuläres. Trotzdem finde ich sie eigentlich ganz gut, für wenn man irgendwie unterwegs ist, weil sie ist klein und kompakt und irgendwie ergibt sie schnell einen guten und stimmigen Look. Das war so mein Argument dafür, sie zu behalten, für wenn ich unterwegs bin. Auf der anderen Seite habe ich sie seit bestimmt einem Jahr, glaube ich, nicht mehr benutzt. Jetzt muss sie gut performen, weil sonst kommt sie weg. Ich starte als allererstes mit dem rötlichen Ton unten rechts und platziere den in meine Lidfalte. Tada! Und das ist der fertige Look. Wow! Wow! Wunderschön! Oh mein Gott, kennt ihr das auch? Bitte sagt mir, ich bin damit nicht alleine, wenn ihr zwischendurch so richtig schlechte Witze macht, über die niemand lacht. Aber ihr euch selber zum Tod lachend findet. Sad! Als nächstes benutze ich den Ton direkt darüber, diesen, wie nennt man diesen Ton? Für mich ist das so ein totaler Herbstton, I don't know. Auf einen ganz kleinen Blendingpinsel, das ist von Morphe, die M507. Die sortiere ich definitiv nicht aus, safe nicht, weil das ist mit mein liebster Blendingpinsel, den es gibt. Der ist ganz klein und präzise und damit kann man super schön außen und innen präzise und klein, wow, ich bringe irgendwie die gleichen Schlagwörter fünf und sechs Mal, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dann versteht ihr besser, was ich meine. Aber ich glaube, ihr versteht es auch, wenn ich es das erste Mal sage. Also, noch einmal zusammengefasst, es präzise und klein und genial für Blenden. Morphe, M507. War doch gar nicht so schwer, Jelena. Komm einfach auf den Punkt. Und mit demselben Pinsel gehe ich jetzt auch nochmal in den dunkelsten Ton der Palette, unten links, der hat so einen ganz leichten schwarz-lila Touch und dunkel damit außen intensiv ab. Mit demselben Concealer, den wir als Base benutzt haben, ziehe ich mir jetzt eine Cut Crease. Nun, da wir die Cut Crease gezogen haben, benutze ich diesen schimmernden Ton in der O-Mitte und presse den auf den Concealer. Okay, wow. Und der Shade ist boring. Okay, wir wechseln. Wir nehmen den direkt rechts daneben. Ja, der ist besser. Und um den Ton ein bisschen besser ins Dunkle hinten reinzublenden, benutze ich diesen rosé-schimmernden Ton. Und der hat so ein bisschen Glitzerreflexe auch mit drin. Ich komme hier gerade direkt am Anfang des Videos schon an einen Punkt, wo ich irgendwie das Gefühl habe, okay, das Produkt ist, glaube ich, raus. Die mattentöne haben richtig gut funktioniert, aber irgendwie überzeugen mich die Schimmertöne nicht. Also ich meine, versteht mich nicht falsch. Es sind schöne Schimmertöne, aber es gibt halt Safe um Längen bessere. Kommen wir zu was Spannendem, um den Look noch ein bisschen aufzupeppen. Und zwar habe ich Glitter gefunden von Lime Crime. Und der hier ist locker fünf Jahre alt. Ich glaube, ich habe ihn einmal benutzt, wenn es hochkommt. Ist halt so hier blau. Und ich habe bei Glitter halt immer gesagt, Glitter wird halt safe nicht schlecht. Also klar, irgendwann schon, aber muss man sich halt nicht so mit stressen. Und ich habe immer gedacht, ja, vielleicht kommt ja irgendwann mal der Fall. Und dann war ich so, ja, aber der Fall ist jetzt die letzten fünf Jahre nicht gekommen. Also keine Ahnung, wenn man sich überlegt, was in fünf Jahren halt alles passieren kann. Aber wenn, wieso, was mache ich eigentlich gerade? Uh, okay, let's get creative. Mein Video, wo mich meine Zuschauerin Laura geschminkt hat, hat mich total inspiriert. Und ich probiere jetzt mal was. Du, wenn es schief geht, dann geht es schief. Ich habe mir den Glitter jetzt direkt auf den Übergang der Cutcrease gegeben. Und gehe jetzt mit dem Glitter rein. Der ist schon schön, ne? Ups, aber ich benutze ihn einfach nicht. Genau für sowas wurden von Urban Decay die Heavy Metal Glitter Liner erfunden. Das ist so schwer, das gerade mit losem Glitzer zu machen. Oh. Oh, geil. ASMR Nackenknacken. Nackenknacken. Okay, wow. Ich werde schon wieder aufgedreht, nur weil ich mich freue, dass es gut geworden ist. I love it. Vor allem, ich mache die ganze Zeit so. So kann ich machen. Ich weiß jetzt schon, das wird ein Pain in the Ass, den Glitter wieder wegzubekommen. Machen wir jetzt nächstes weiter mit Eyeliner. Und da habe ich von Inglot die Nummer 77 gefunden. Das ist ein Gel Eyeliner. Eyeliner. Und der war eine Zeit lang hier auf YouTube so dermaßen gehypt. Ja. Ich habe ihn ein paar Mal benutzt. Ich fand ihn auch gut, aber irgendwie ist er dann in Vergessenheit geraten. Und jetzt gucken wir mal, ob das zurecht oder nicht. Mein Problem mit dem Inglot Liner war in der Vergangenheit immer, dass ich das Gefühl hatte, der schmiert. Also der ist nicht langanhaltend genug. Im ersten Moment sieht er nämlich ganz großartig aus. Super schwarz, mega intensiv. Irgendwie im Verlauf des Tages ist er bei mir immer gerutscht und hing mir dann irgendwo anders und dann sah es alles ganz unsauber aus. Und das ist halt scheiße. Ich bin in letzter Zeit ja total im Modus mit dem Benefit Roller Liner. Aber mit dem Pinsel muss ich persönlich sagen, habe ich schon bessere Kontrolle als mit dem Stift. Es dauert halt länger. Okay, der Liner ist wirklich gut. Gut, der hat richtig gut funktioniert. Ah, ich glaube, der ist noch ein Ticken kürzer. Hm, wieder dieses Spiel. Wer kennt's? Wir lassen es jetzt so. Auch wenn... Oh, ich habe auf der einen Seite hier halt ein bisschen mehr Schlupflid als da. Also hier auf der Seite fast gar nicht, aber hier halt schon ein bisschen. Deswegen ist dieser... Ja, egal. Wir lassen es so. Kommen wir zur Mascara. Und das hier ist etwas, worüber ich mich selber ein bisschen ärgere. Weil ich habe diese Mascara letztes Jahr gekauft, weil ich mich daran erinnert habe, oh mein Gott, das war früher mein absoluter Favorite von Yves Saint Laurent, die Babydoll in schwarz. Und dann habe ich letztes Jahr gedacht, oh mein Gott, Jelina, gönn dir. Oh mein Gott, Jelina, die musst du unbedingt mal wieder testen, weil du deine alten Favoriten testen willst. Ähm... Ja, nie passiert die Idee. Und eigentlich soll Mascara ja relativ schnell benutzt werden, aber ja, ich habe sie halt nie aufgemacht. Das ist jetzt gerade das erste Mal. Okay, irgendwie diese Mascara zu benutzen macht gerade voll was mit mir. Ja, weil ich erinnere mich an die Zeit, als ich angefangen habe, die zu benutzen. Weil in der Zeit hatte ich eigentlich das Geld nicht, mir so eine Mascara zu kaufen. Ähm, definitiv nicht. Aber ich wollte sie halt unbedingt haben, weil eine Freundin von mir hatte die und... Hat mir halt so vorgeschwärmt und sie meinte, oh mein Gott, die ist so toll. Und wenn... Also... Ja, und ich habe dann halt Extraschichten in der Gastronomie damals noch gemacht, um mir was dazu zu verdienen. So über das Normale hinaus. Und habe mir dann von dem Geld, was ich damals verdient habe, diese Mascara gekauft. Und ich war so stolz. Oh mein Gott, ich bin aus dem Douglas raus und habe über... Im Prinzip einmal meinen kompletten Kopf herumgestrahlt, weil ich so happy war. Und... Und jetzt darüber nachzudenken, sie auszusortieren, weil ich... Also ich habe sie halt nachgekauft, so klar, und jetzt einmal benutzt und sie jetzt auszusortieren. Das ist irgendwie so... Es hat auch nichts mit abgehoben oder so zu tun. Aber es ist einfach Fakt, dass man Mascara nicht so lange aufheben soll. Sondern das... Und das ist auch der Grund, weshalb ich allgemein aussortiere. Weil ich gar nicht möchte, dass es halt überhaupt zu solchen Situationen kommt. Und ich möchte eine kleinere Collection haben. Und wenn ihr möchtet, kann ich euch gerne auch eine Make-up Collection, eine komplette... Alles, was jetzt noch da ist, neu sortiert, gerne zeigen. Weil ich das, was ich habe, wirklich benutzen möchte. Ich hatte eine Zeit lang so ein bisschen dieses Horden-Verhalten. Und fand das sogar total cool. Ich habe immer gesagt, ich will die größte Make-up Collection in Deutschland haben. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass ich zwischenzeitlich bestimmt in den Top Ten war. So, natürlich, man weiß nicht, was andere haben, aber ich war bestimmt in den Top Ten Deutschlands. Problemlos. Aber mittlerweile denke ich mir, nee, ich habe lieber meine ausgewählten Produkte, die wirklich gut funktionieren. Okay, wieso wird das so deep hier? Kommen wir zu Lashes. Und Lashes aussortieren hat eigentlich nicht so wirklich Sinn, weil die können halt nicht schlecht werden. Die klebt man ja nur ans Auge dran. Und ja, deswegen benutze ich welche, die ich noch von früher habe. Die liegen bestimmt schon sechs Jahre bei mir. Ja, vielleicht fünf. Und das waren so die ersten richtig guten Lashes, die ich mir damals gekauft habe. Und zwar sind die von Flutter Lashes. In Natalie heißt die, glaube ich. Ja. Und ich habe leider keinen Wimpernkleber, den ich aussortiere. Deswegen benutze ich den besten Wimpernkleber der Welt, wie immer, von der Marke Eskido. Ich habe euch den schon so oft empfohlen. Er ist selbstverständlich für euch auch nochmal in der Infobox verlinkt. Aber ich werde nie wieder in meinem Leben einen anderen Wimpernkleber benutzen. Facts. Einfach, weil der hier alles macht, was ein Wimpernkleber für mich machen soll, erhält. Und zwar selbst damit tauchen im Pool. Wimpernkleber der Welt. Geil. Oh, es ist so schön einfach. So. Und die Wimpern saßen noch. Dementsprechend, ich liebe den. Er hinterlässt keine Rückstände. Also der ist für mich der beste Wimpernkleber, den es gibt. Und deswegen kaufe ich keine anderen. Und deswegen muss ich auch keine Wimpernkleber mehr aussortieren. Tee. Zwischendurch, wenn ich überlege, ich habe mal Duo-Kleber benutzt oder von Essence. Das ist kein Shade gegen die Marken. Gar nicht. Aber das ist halt null zu vergleichen. Ganz anderes Spektrum. Wenn ihr denkt, das ist gut. Ich glaube, der hier kostet 10 oder 12 Euro. Kauft mal den hier. Und ich garantiere euch, er ist tausendmal besser als alles andere, was ihr jemals probiert habt. Und ich liebe diesen Unterschied, ne? Eine Seite mit, eine Seite ohne. Back. Oh ja. Die Lashes hier sind richtig, richtig schön. Ich sehe, warum die mir früher so gut gefallen haben. Weil die sind halt so ein bisschen dramatic und over the top. Aber trotzdem halt dieses spiky. Ich liebe spiky Lashes. So von hinten nach... Ne, von vorne nach hinten länger werden. So dieses... Richtig spiky. Das ist so ein bisschen auf Angriff. So tschu tschu tschu. So weit so gut erstmal zu den Augen. Machen wir endlich weiter mit dem Gesicht. Und dafür benutze ich von J1 Jelly Pack den Primer. Den habe ich damals gekauft, als Niki Tutorials den empfohlen hat. Und der ist halt hier so durchsichtig, slimy Textur. Und der klebrigste Primer, den ihr jemals fühlen werdet. Es fühlt sich wirklich fast so ein bisschen an wie Uhu Flüssigkleber. Ich weiß gar nicht, ob man da mittlerweile irgendwie einfacher dran kommt. Aber ich habe den damals aus Amerika bestellt. Und ich habe den glaube ich nur drei, vier Mal benutzt. Weil... Also seht ihr das? Seht... Also ich hoffe, ihr könnt sehen, wie das an meiner Haut backt. Klar, Niki hatte irgendwann mal erzählt, ja dadurch hält das Ganze länger. Hatte ich halt aber irgendwie gar nicht das Gefühl. Ich hatte eher das Gefühl, dass es sich durch diese Klebschicht gar nicht richtig mit der Haut verbinden kann. Also es war ganz strange. Kommen wir zur Foundation. Und auch die hier ist von Yves Saint Laurent. Ich hatte eine Zeit lang so einen Hype auf Yves Saint Laurent. Ich weiß gar nicht, warum das irgendwann weniger geworden ist. I don't know. Ich glaube, weil ich zwischendrin so eine Phase hatte, wo ich so richtig cakeface war. Also noch krasser als am Anfang. Und ja, irgendwie waren da die Produkte nicht full coverage genug. Und eigentlich müsste ich mal wieder mehr Yves Saint Laurent testen. Das hier ist die Farbe B30. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob das ungefähr hinkommt. Aber wir akzeptieren das jetzt einfach mal. Uh, she's hell. Egal, wie ein Bronzer. Ich habe erst gedacht, hell. Jetzt auf einmal voll dunkel. Ich habe vergessen, wie schön diese Foundation ist. Yves Saint Laurent All Hours. Fällt mir richtig gut. Auch der Concealer, den wir eben schon für die Augen benutzt haben, ist von Yves Saint Laurent aus der All Hours Serie. Deswegen habe ich die so zusammen gewählt. Einfach, weil ich dachte, das passt den ganz gut zusammen. Und auch bei dem wird es Zeit, mich von dem leider zu trennen. Weil das Problem ist, ich habe beides gekauft, als es ganz frisch rausgekommen ist. Ich habe auch damals direkt ein Video darüber gedreht. Aber das ist auch schon echt lange her. Und ja, irgendwann braucht man halt mal frischen Nachschub. Okay. Und der Primer ist leider auch cancelled. Seht ihr, was der für Abdrücke hinterlässt? Da, wo ich ihn nicht komplett 1000%ig eingearbeitet habe? Was ist das? Meine Base löst sich halt voll auf. Seht ihr das hier? Was ist das? Hä? Und jetzt ist es weg, oder was? Ah, jetzt ist es hier. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Habe ich mir so viel Mühe gegeben. Ich wollte so später noch raus. Okay, no! Hä, ist das jetzt der Concealer oder der Primer? Intuitiv würde ich sagen, es ist der Primer. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es auch einfach das Zusammenspiel. Aber an manchen Stellen löst sich gerade einfach die Base. Sehr, sehr komisch. Machen wir weiter mit Puder. Und zwar ist es nicht direkt Puder. Von Urban Decay ist das hier der Velvetizer. Habe ich auch vor Ewigkeiten ein komplettes Video zugedreht. Und zwar ist das hier gedacht, um das in die Foundation reinzumischen, damit sie matter und deckender wird. Ich mag es aber noch lieber, um unter meinem Auge zu setten. Deswegen mache ich das jetzt. Das hier ist nämlich geführtes feinst gemalene Puder, was es jemals auf dem Planeten Erde gab. Der Grund, weshalb dieses Puder in die eventuelle Aussortierkiste gekommen ist, ist, dass ich es einfach zu selben benutze. Wenn ich persönlich was Deckenderes haben möchte, dann benutze ich was Deckenderes. Ich finde, sowas mit dem Puder zu mischen, also das ist vielleicht was für Make-up-Artists, die ihre Sachen halt immer zu verschiedenen Jobs mit hinschleppen müssen oder so. Und dann halt nicht eine leichte und eine stark deckende Foundation beides mitschleppen wollen. Aber so für zu Hause schminken macht es halt irgendwie keinen Sinn. Ich glaube, ganz ehrlich, der nächste Schritt könnte mein Make-up ruinieren. Cover FX Illuminating Setting Spray. Dieses Setting Spray hat Schimmerpartikel mit drin. Und zwar wirklich, es ist fast wie ein Glitzerspray. Und man muss es so gut schütteln vorher, weil wenn man es nicht schüttelt und die Glitzerpartikel unten sind, ja, dann sieht man aus wie Karneval oder Pride oder Fasching oder was auch immer. und hat das komplette Make-up theoretisch umsonst gemacht. Also man muss es wirklich, wirklich, wirklich schütteln. Man sieht leider immer erst, wenn es trocken ist, ob es zu viel war. Wenn es im Gesicht trocknet, machen wir weiter mit den Augenbrauen. Hier habe ich von Benefit Full Poo Proof Brow Powder. Ich kann irgendwie gar nicht wirklich erklären, warum das hier drin ist, weil ich liebe Benefit Augenbrauenprodukte. Aber, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das hier kam raus, als ich irgendwie gerade von Augenbrauenpuder umgestiegen bin und ich habe es tatsächlich nie benutzt. Oder einmal, wenn es hochkommt. Und, ja, deswegen war ich so, nö, du liegst hier jetzt auch schon so lange rum. Irgendwie hast du es nicht geschafft, dich gegen die anderen in all der Zeit durchzusetzen. Dann bleibe ich doch eher bei meinem Precisely My Brow oder Goof Proof oder Cabrow. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich dem hier nie wirklich viel Beachtung geschenkt. Ich glaube, die ist mir einen Ticken dunkel. Also, es sind zwei Töne dran, vorne ein hellerer, hinten ein dunklerer. Das finde ich auch sehr praktisch. Aber, ich glaube, je nach Unterton, eine 3 oder 4 wäre mir fast lieber gewesen. Ich mag halt einfach keine dunklen Augenbrauenprodukte. Ich weiß, ich habe dunkle Augenbrauen, aber ich finde, ich schattiere lieber damit. Und, ja. Und das Packaging hiervon ist süß, aber ich finde es auch nur für Augenbrauenpuder eigentlich unnötig groß. Weil das liegt hier in meiner Handfläche so. Andere Augenbrauenpuder sind halt so groß wie ein einzelner Lidschatten. Ist halt für Unterwegser wieder nicht so praktisch. Oh, wow. Aber das Puder ist extrem soft. Mir gefällt der Look gerade richtig, richtig gut. Okay, ich war gerade sehr kritisch, aber von der Performance her... She's cute. Oh, wow. Ich liebe meine Augenbrauen. Ich gleich die andere mal eben an. Aber das hier gefällt mir gerade sehr, sehr gut. Och, nö. Ich wollte auch sortieren. Oh, wow. Ich liebe meine Augenbrauen. Crazy. Das bleibt definitiv. Nein, crazy. Nicht Siri. Machen wir weiter im Gesicht. Und ich glaube, das Illuminating Spray hat jetzt gar nicht so schlecht funktioniert. Ich sehe zumindest auf Entfernung keine groben Glitzerpartikel. Ah, von Namen. Aber schon ein bisschen. Ne. Das ist sehr dezent. Aber was das angeht, no, I'm not a fan. Muss leider auch gehen. Kommen wir zu den Wangen. Und zwar benutze ich dafür von MAC das Studio Skyped Powder in Deep Dark. Das ist eigentlich ein Gesichtspuder in der dunkelsten Farbe. Das Studio Skyped Puder hat eine... Es ist ein Puder, aber es hat eine Gelanteil, also wie so eine softere Textur, super für trockene Haut. Und das mochte ich früher so gerne, um damit so ein bisschen meine Gesichtsfarbe aufzuwärmen. Und auch das ist nur in der Aussortierschublade gelandet, einfach weil es schon so uralt ist. Ist halt sehr warm vom Untertonen, weil es eigentlich gar kein richtiger Bronzer, wie gesagt, ist. Aber ich mag die Farbe gerne. Es ist halt wirklich ein Bronzer, ne. Es ist halt keine Kontur, wo man sagt, hm, viel zu warm. So. Es ist halt wirklich für mich zum Bronzen gedacht. Und deswegen, ich gehe damit hier auch hoch bis auf meine Wangenknochen rauf. Ich mag das immer gerne. Ich habe früher das immer so, nee, und hier und da, ganz präzise. Aber die Sonne ist auch nicht ganz präzise. Wenn man gebräunt wird. Und die Sonne kommt nun mal seitlich immer als erstes so ein bisschen hier hin. Deswegen. Oh, krass. Okay, ich mag mein Make-up heute richtig gerne. Ich würde voll gerne, glaube ich, auch mal in Full Face Using Mac drehen. So, mit dem Hintergrund irgendwie ein bisschen ehemalige Make-up-Artistin probiert Mac zum zweiten Mal. Hm. Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich beim Make-up gehört habe, zu arbeiten, habe ich die Sachen irgendwie nie mal richtig benutzt. Klar vereinzelnd. Aber ich war halt so excited, auch mal neue Sachen auszuprobieren, dass das irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist. Oh, ich liebe das Studio Sky Powder. Das bleibt auch definitiv. Auch mein Blush ist von MAC. Den habe ich... Auch mein Blush ist von MAC. Und zwar ist das ein Extra Dimension Blush in Sweets for My Sweet. Ich glaube, der passt halt ganz gut zum Augenlook. Hat keinen Grund, warum der dabei ist. Ich wollte auch eigentlich gar keinen Blush aussortieren, aber ich wollte Blush auftragen. Und ich habe gedacht, der passt farblich gut zur Lidschattenpalette. Deswegen, der bleibt definitiv. Schön. Oh mein Gott. Irgendwie wollte ich niemanden über die Extra Dimension Blushes von MAC reden. Gibt es die eigentlich noch? Bestimmt. Oder? Oh mein Gott. Da muss ich ja... Ja. Ich muss. Ein Full Face MAC drin. Sweets for My Sweet. Ich weiß gar nicht mehr, ob das eine limitierte Farbe war oder nicht. Falls es den noch gibt. Äh. Auschecken. Definitiv. Absolute Kaufempfehlung gerade. Der ist so schön. Great. Oh mein Gott. Ist der schön. Ich raste aus. Mega. Fangen wir zu einem Produkt, das sehr umstritten ist. Mh. Ich weiß, dass es der Lieblingshighlighter gefühlt von ganz Deutschland ist. Außer von mir. Ich glaube, das ist aber primär, weil als der gehypt wurde, war ich so ein bisschen anti. Und immer wenn alle irgendetwas toll fanden, fand ich es aus Prinzip doof. Und bin auch schon mit so einer Einstellung rangegangen. Einfach, weil ich nicht so auf diesen Massenhype aufspringen wollte, sondern ich wollte so ein bisschen cool und edgy sein. Ja. Hm. Schwierig. Wir hatten, glaube ich, alle so eine Phase. Und zwar ist es der, hätte ich damals gesagt, oh mein Gott, ja, der ist voll toll. Dann wären wahrscheinlich mehr Leute meiner Meinung gewesen. Aber, ja. Ich habe halt gesagt, nein, der ist nicht gut. Der ist langweilig. Sieht aus wie Kreide. Es ist der Mary Luminizer. Und ich habe ihn halt auch nie wirklich benutzt. Irgendwie nur so ein, zweimal, um ihn zu testen. Und irgendwie bin ich, glaube ich, mit der falschen Einstellung rangegangen. Jetzt schauen wir mal, ob ich all die Jahre einen Fehler begangen habe. Okay, wow. Er ist sehr schön, aber ich glaube, er ist mir einen Ticken hell. Wirklich. Ich dachte, ich werde jetzt total bekehrt. Ich wäre bereit gewesen, es zuzugeben. Aber ich finde ihn fast ein bisschen grau. Okay, er flasht mich wirklich nicht so, wie ich jetzt gedacht hätte. Ich dachte, ich würde jetzt voll bekehrt werden. Obwohl, ah, schwierig. Muss ich mir gleich nochmal ein Tageslicht angucken. Das ist halt so ein Highlighter, den hat gefühlt jeder. Also, habe ich zumindest den Eindruck. Immer wenn man hört, so was ist dein Lieblingshighlighter. Ja, the ball. Mary Luminizer. Das ist gar nicht böse, sondern das ist halt so ein, keine Ahnung, eine Zeit lang war es Mac Velvet Teddy, wo alle diesen Mac Velvet Teddy haben mussten. Und ich habe das Gefühl, das gibt es aktuell gar nicht mehr so richtig krass, oder? Weil so viel einfach jeden Tag rauskommt, dass so richtig Hype-Produkte, wo man das Gefühl hat, okay, die hat jeder. Das gibt es gar nicht mehr, oder? Mac Velvet Teddy gab es früher, den hier gab es früher, dann, Och Gott. So eine Essence-Mascara, irgendwie I Love Extreme oder so. Die hatten auch alle. Luminoso. Von Milani ist der genau. Den hatten eine Zeit lang auch alle. So, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Welches neue Produkt haben alle? Also, hmm, strange. Es regnet gerade draußen in Strömen. Und ich wollte gleich, wenn ich fertig gefilmt habe, rausgehen. Äh, ja, wohl nicht. Ein Produkt, was extrem speziell ist. Es ist durchsichtig. Es ist kein Puder. Es ist wie ein durchsichtiges Gel. Sieht ein bisschen aus wie durchsichtiges Schuhwachs. Von der Marke Ray Morris. Das hier ist ein durchsichtiges Etwas, was abmattieren soll. Ich glaube, es kostet über 50 Euro. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, als ich das gekauft habe. Ich habe es ein paar Mal benutzt. Ich habe keinen Unterschied gesehen. Irgendwie ist mir nicht ganz klar, wie ich zu diesem Produkt stehe. Vielleicht muss ich das mal als Touch-Up benutzen. Sobald klar, wenn ich frisch geschminkt bin, sehe ich nicht so direkt den Unterschied. Ich muss das mal aufbewahren noch. Aber das wollte ich nur noch einmal zeigen. Das ist ganz komisch. Und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich es habe. Also klar, weil ich es gekauft habe. Aber ich weiß nicht, warum ich es gekauft habe. Und ich bin mir auch nicht so wirklich sicher, was meine Meinung hierzu ist. Also jetzt so direkt frisch geschminkt auftragen. Ja, sehe ich jetzt nicht so wirklich den Sinn dahinter. Ich sehe auch nicht, dass es großartig mattiert. Weil es ist halt alles matt. Ja, nö. Macht gerade keinen Sinn. Kommen wir zu den Lippen. Und da habe ich ein Liquid Lipstick von der Marke Jouer gekauft. Nie probiert. Also nie benutzt. Das hier ist die Farbe Neuset. Ich glaube, das heißt Haselnuss auf Französisch. Aber ich kann es nicht aussprechen. Ich weiß nicht, ob der früher, also als er frisch war, auch diese Textur hatte. Aber er ist ein bisschen musig. Bisschen unspektakulär. Ist eine schöne Farbe. Gut, als er rausgekommen ist, war er wahrscheinlich total im Trend. Aber jetzt gerade denke ich mir so, ja, okay, habe ich bestimmt zehn andere, die irgendwie gefühlt genauso aussehen. Und irgendwie ist die Textur speziell. So, die ist matt. Aber irgendwie fühlt sie sich an, als ob sie nicht richtig trocknet. Backig, klebrig. Und damit es jetzt noch backiger wird, geschickt, mache ich ein Intense Buttered Loss drauf von NYX. Das liebe ich. Sortiere ich auch nur aus, weil es super alt ist. In der Farbe Trillage. Ah, geil. Uuuuh. Oh mein Gott. Oh, Mist. Und noch ein Wimpernkranz vergisst. Und das hier ist der fertige Look. Wow. Es gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Ähm, ich bin gerade ein bisschen schock. Ach du, ahnst es nicht. Wenn das jetzt so gut aussieht, mir kommt gerade ein Gedanke in den Kopf. Wie gut hätte all das andere aussortierte Make-up ausgesehen? Ich habe über zwei Drittel, vielleicht sogar drei Viertel, meiner Make-up Collection aussortiert. Hm. Schön. Aber ja, ein paar Produkte sind trotzdem zusammengekommen, die mich leider verlassen werden müssen. Auch wenn sie zum Teil gut funktioniert haben, wie die All Hours Foundation. Ich weiß nicht, sie ist einfach alt. Aber das hier hat mich jetzt darin bestätigt, dass ich mir die vielleicht nochmal neu holen werde, weil die ist wirklich, wirklich schön. Vuda Beauty gebe ich an eine Freundin weiter, weil ist schön auf jeden Fall. Aber die Schimmertöne alleine haben mich leider nicht überzeugt. Oder allgemein, das ist natürlich kein Shade gegen die Marken, obviously. Aber wenn die Produkte von euch fünf Jahre alt sind, ist es auch mal Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, selbst wenn sie nicht leer sind. Was auf jeden Fall bleibt, ups, ist von Benefit das Full Proof Powder, von MAC der Extra Dimension Blush, dann von MAC das Studio Skyped Powder, die Lashes, klar, weil die kann man auf jeden Fall mehrfach verwenden, von Flutter Lashes in Natalie, Inglot Gel Liner, 77, Mary Luminizer bleibt erstmal auf, bis ich im Tageslicht geguckt habe, wie der wirklich aussieht. ist schön, ist halt sehr, ja doch, doch, ich glaube, der bleibt. Überraschend. Meine wundervolle Yves Saint Laurent Mascara bleibt auch, auf jeden Fall. Oh, die hatten jetzt schon wieder. Ich liebe das, wie die die unteren Wünfern macht. Wenn die jetzt heute nicht abschmiert, dann bleibt die. Aber ja, das war's für mein heutiges Video. Ich würde mich sehr freuen, falls ihr es noch nicht direkt am Anfang getan habt, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und schreibt mir mal auf jeden Fall in die Kommentare, wie oft ihr so euer Make-up aussortiert. Fällt euch das eher leicht? Fällt euch das schwer, euch zu trennen? Das interessiert mich total, weil meine Aussortiervideos kommen ja eigentlich immer ganz gut an. Und ich habe immer die Vision in meinem Kopf, dass ihr die guckt, während ihr selber auch aussortiert. Stimmt das? Erzählt es mir. Falls ihr meine zukünftigen Videos nicht verpassen möchtet, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das kleine Lockchen aktiviert. Dann sagt euch YouTube Bescheid, sobald mein neuestes Video online kommt. Und ja, dann wäre das alles für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Für euch ganz, ganz doll gedrückt und knutscht. Und ich würde sagen, bis wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Habt einen schönen Tag! Bis zum nächsten Mal.